Vielfalt ist für uns halt, dass viele verschiedene Kulturen bei uns in Deutschland und viele Araber, Christen, Jugendliche und was. Ist das wieder toll? Ja. Wo man nach die Fieserschule gehen muss. Jingle Lange Die Zutd1, was bei dieser Zutdkant oder gegen die Zutdkanturin, ist es ein Feig, weil das zutd. Und nicht nur eine kleine Zutdkanturin und am Tag. Um bemerkungen am Tag. Untertitelung des ZDF, 2020